oh moin leute herzlich willkommen zum siebten spieltag der pinny gel prediction für diese saison 2021 2022 let's go heute um 14 uhr pinguine fischtowns also bremerhaven verliehen gegen herr cd bäumchen mit 3 zu 5 iserlohn ruster verliehen gegen kölner haie mit 1 zu 3 dann um 16 uhr grepe pinguine gegen eisbären berlin 2 zu 4 für die eisbären auf spurt panther gegen erc red ingolstadt 1 zu 3 für ingolstadt dann die grüste aus volksburg verliehen gegen die adler aus mandan mit 3 zu 5 und um 19 uhr nürnberg eisteigers gewinnen gegen straubelsteigers mit 4 zu 3 und bietigern stilers gewinnen gegen spamminger wilderings mit 6 zu 5 so das war's vom siebten spieltag der pinny gel prediction für die saison 2021 20 22 22 so wenn euch das wieder gefallen hat lasst ein däumchen nach unten da vergesst kein abo daneben ist die glocke die nicht vergessen zu aktivieren dann verpasst dir keine benachrichtigung und denkt dran heute zum wählen zu gehen heute sind wahlen jeder stimme zählt so das war's von diesem video bis hin und ciao